Hallo zusammen! Mein Name ist Ilyas und ich bin Alex. Ich komme aus Syrien und ich aus Südkorea. Es gibt eine große Chance für mich, dass ich in Deutschland weiter studieren werde, weil Deutschland ein starkes Schakelant für den Bereich Naturwissenschaften ist. Also ich möchte Naturwissenschaften oder Biologie von Naturwissenschaften studieren. Und ja, deswegen glaube ich, Deutschland ist eine sehr passende Land dafür. Also bei mir ist das so, ich mache jetzt meine Master-Punkte. Danach will ich ein paar Erfahrungen sammeln. Und vielleicht, wenn das möglich ist, einen VHD zu machen, dann schwer mehr. Aber am Ende gehe ich nochmal an Syrien zurück, damit ich mitmache, mein Land aufzubauen. Also was ich vermissen würde, ist die Lehrkraft. Die meisten Lehrer und Lehrer sind jung, aber auch schon erfahrene. Man könnte einfach mit ihnen kommunizieren. Und sie verstehen uns einfach und wir verstehen sie. Und wir sind eigentlich Freunde, nicht Schüler und Lehrer. Und mein Lieblingser ist Maren. Also meine Lieblingserin ist Dana. Hi Dana. Sie sind super nett und super freundlich. Und also ich bin noch nicht mehr eine Schülerin beim SFI, aber ich kann mit Dana einfach reden über meine Zukunft oder über meine Pläne in Deutschland. Und SFI, also machen viele Ausflüge nach anderen Ländern in der Nähe. Also ich war zum Beispiel in Brüssel und in Korkau. Und also das ist wichtig, weil wir machen mehr Erfahrung, mehr Erfahrung, also mehr Erinnerung aus dem Lernen. Also wir machen Erinnerung in unserer Mitschule zusammen. Also ja, und ich wollte auch sagen, dass wir schon nach einem Jahr gehen wir nochmal hier zu SFI. Wir vermissen SFI, also ab jetzt. Aber deswegen wollen wir eigentlich nochmal hier kommen, vielleicht nächstes Jahr oder nächstes Jahr. Aber das wird immer unser Lieblingsort sein. Mein auch. Ich möchte was zu SFI sagen. Geht mal nach oben weiter. Bleibt immer helft bereit und helft die Leute, die aus der ganzen Welt kommen. Und besonderen Dank an der Erfahrung. Und ich wünsche euch viel Erfolg und habt Spass. Dreaming Weg. Ciao. 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 Vielen Dank.